Der Campingplatz Eienwäldli Hallo Leute, heute nehme ich euch mit auf den Campingplatz Eienwäldli in Engelberg im Kanton Obwalden in der Innerschweiz. Viel Spass! Das Eienwäldli liegt auf 1000 Meter über Meer im idyllischen Klosterdorf Engelberg. Mitten in einem imposanten Bergpanorama, wie ich später in diesem Video zeige. Ich habe jetzt lange warten müssen, um mal im Winter bei Schnee campen zu können, aber heute hat es geklappt. Es hat Standard- und Superiorplätze mit Strom- und EVO-Anschluss und auch Komfortplätze mit Strom- und EVO-Anschluss, mit Frischwasser- und Abwasseranschluss und das auch im Winter. Die Sanitäranlagen sind modern und gepflegt. Da kommt man gerne hin. Im Hauptgebäude hat es eine Spa-Anlage mit Felsenerlebnisbad, Saunalandschaft, Massagen und Kosmetik. Musik 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 In der ersten Nacht war es minus 10, in der zweiten Nacht minus 15 Grad draussen und hat geschneit. Aber drinnen war es schön warm und ich habe super geschlafen. Musik Und nun gehen wir gemeinsam auf eine Winterwanderung in Engelberg. Schaut euch einmal diese wunderschöne Landschaft an. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020